Hallöchen und Willkommen in No More Worm Inhal Ja, heute ist immer mal zu dritt Ja Das ist Mal schon, ob es diesmal schaffen Mal hier durch die Mission durchzukommen Solange sich der eine alles krallt, Nerd Ja, ja Hier ist jemand, der klaut sich gerne mal ein bisschen Munition Hat einer von euch Schusswaffen? Ich hab eine Ich hab ne Machete und ne Taschenlampe Was ist das? Was ist das? Du weißt doch, die Bretter, die im Spawn oben hängen Ach ja, sind noch nicht alle unten? Ach ja, da oben Ne, eins ist noch So Das hab ich gewollt So, ich hab noch sechs Schuss übrig Mein einzigster Sniper Moni wurde mir weggeklaust Oh, das ist ne Sniper Die braucht Sniper Munition Und der hat eins drittes Schuss Ach, die Falllaste, ne? Der hat aber Der hat aber eine 21 Schuss dabei, ne? Fuck the fuck Ist mit dem einen Typen los Der ist jetzt schon bei Bei Da fuck Wer Ist wo bei Flatt, der ist schon lang hier drin Hat auch schon für die zweite Tür den Schlüssel drin Ja, das ist ein Pro-Spieler, merkt man Danke, dass ihr mir die Tür zumacht Das ist nix Pro-Spieler, das ist ein Cheater Weil der nimmt ja nicht mal die Schlüssel mit Genau zwei Hits von einem Runner abbekommen Und bin so gut wie tot Soll ich irgendwo noch einen Lackkampfhaft drin? Ja, nachts Oh ja Ich hab ne Machete Genau Genau Da drinnen Aber wir schießen mit der Pistole auf Feinde, die es nicht brauchen Wer hat den Schlüssel? Äh, Jamie Jamie Der damit nicht besonders gut klappt Der hat ja bestimmt vorher auch schon mitgenommen Ja, danke, danke Ich komm als einziges da nicht raus Wir sollten auf einen etwas leeren Server gehen Vielleicht das nächste Mal Einen mit ner Scheiß-Ping, ha? Und was ist damit? Ja Wieso nicht? Weil was Neues Du blut, du bist übrigens Rotwein-Team Ich weiß Weil mich das kleine Kitsch legt auf dem Flatt, ne? Wen trifft's mich? Das ist immer so Also der hat grad ordentlich eingesteckt Oh Gott Ich kann mir das Schießen, glaub ich, sparen Das Erste Die ballern alle blindwürdig in der Gegend rum Da brauch ich gar nicht mitmachen Gott, verdammt Warum treffen die mich, obwohl ich sie wegschla- Stoß Okay Oh ja, ich kann Konsole-Kill eingeben Du hast grad, äh Den Chat aktiviert gehabt im Spiel Ich weiß Ob ihr euch dann ausgemacht habt, ne? Aber egal Fuck's sake So, jetzt ist die Frage Wo ist diese verdammte Ich stege noch nicht auf, ne? Wollte ich nochmal so sagen Ne, wo ist die Benzinkassen? Ich komm angerannt Du bist am Strand Und machst nichts Da ist der Benzinkanist außerdem Hab ich mir schon gedacht Der wird mir Folchspiel angezeigt Der wird mir erst jetzt angezeigt Da ist ne Pistole hinter der Wand, ne? Ja Was du brauchst Hinter dem Holzbräck ist ne Pistole Ach ja Ne Pistole und dreimal Munition dafür So konnte Wieso hab ich dann nicht Ach ne, weil ich, äh, schon Hier die Stoppe hab Raus Was ist das für ne Pistole? Äh, was ein Premium-Anfang Das ist euch der beste Anfang Oh, ne Glock Ja Das ist die Schuss Nur, dass ich jetzt bloß nicht mehr respawn Wuuu Weißer Lieb Wenn's genau dieselbe Mission ist, nicht? Welche Munition brauchen sie? Das ist genau dieselbe Von dem wie's aufgebaut ist Ja 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 Propan-Gas, ne? Der ist jetzt dann noch Ja, ich seh schon Wo bist du denn? Ich bin hier Man hat sich das Du warst vor dem Benzinkern Also Benzinkernister war direkt vor dir Könnte ich gar nicht sehen Was macht der? Alter, wie ich nicht rennen kann Mein Ausdruck ist die ganze Zeit permanent weg Die haben Probleme Timo würde jetzt einfach zur Propanflasche laufen Und den schlagen Ah ne, der stirbt von selber Ja, das ist... Kann man's nicht sparen Achja, mal raufschießen Ich hab's schon Ich bin schneller, glaub ich Du bist raus? Glaube ich Ja, ich Ich bin rausgehört Weil Grafikentstellung Ah Er meint sich Zurückzusetzen Meine Lampe macht kein Licht Cool Und wieder hat sich ein Computerwurm Das ist absolut dieselbe Mission wie vorhin Das ist jetzt schon das dritte Mal Wow Ganz genau Von der Anzahl ja Wie viele Blunner sind das? Ah, der Adolf hat mich Blunner sind von 8 Wow I'm out of Max Ja, Sniper Munition Damit kann ich meine Waffe volllaufen Soll ich da irgendwo 9mm drin? Ne Hier ist sonst nix mehr Mhm Sie gibt's in den Schlossern Und genau ein Magazin ist noch drin Soll ich? Was zum Fucking shit hat die mitgenommen Zum Teil gar nichts Da ist nur ein Wilder Wir können hier wieder oben rein Den Wörter können wir gleich mal mitnehmen Nämlich habe ich dabei Und scheinbar liegt ja auch hier jedes Mal der Compoundbau oben Was cool ist Gut zu wissen, aber die Pfeile sind sowieso bei jemand anderem Komm rein, komm rein, kleines Kind, dann schlage ich dich in Stücke Äh, oben kommen wir gar nicht hin Aber du kommst nicht mal oben hin Schade Obwohl, du könntest vielleicht doch oben hin, indem du das Glas zerschlägst Stimmt Ich versuche mal Das Glas links neben dir Das andere Das andere Das andere Alter, dieses Kind Und dann dich mit Springducken da hochziehen Oh, das Kind Das ist ein Das ist ein Ich krieg das nicht von dir oben Du kannst nicht so gut nach unten schlagen Deswegen Ja, ja Da liegen lauter Pistolen rum, ne Ich hab noch ein Magazin Ich bleib meiner Glocke ein bisschen treu Back mit dir Oh Boah, es trinkt ein Madgeld Mhm, drüben sind da zwei Äh, ja Und ich bräuchte Pillen Pillen hab ich aber dabei Ne, hab ich fallen gelassen oder gehen noch Fallen gelassen, wie es aussieht Ich brauch den Welder außerdem, ne Hab ich dabei Ja Oh, was zur Hölle Der hat mich doppelt geschlagen Den Welder dann Nachgibst du Patrick gekillt hast Ich hab mich seinen Zombie gekillt auf Du Neu Alter, der Nimm den Wälder Nee Da Ja, ich nimm den nicht mit Ja, ey, warte kurz Ah, ja, ja, ich hab mich doppelt geschlagen Was ist das drin? Erstmal Hallen Ja, und das zweite Weltkrieg Nimm ich direkt in der Herr Weil du musst nämlich auf die andere Seite von dieser anderen Tür Von dem Computerraum Und dich da durchschweißen Dazu musst du erst mal Wieder ganz und gar Außen rumlaufen Oh, das Medkit kann man öfters da verwenden Was? Meins hat sich nicht verbraucht Was? Nein, du hast eine Bandage jetzt in der Hand Ja Und bei mir hat er, ja Ich hab gerade mein Medkit eingesetzt Was hast du denn? Was hab ich jetzt in der Hand? Ne, du hast es eben nicht eingesetzt, weil du hast nämlich nicht mal volles Leben Ja Du darfst noch nicht mal Sachen aufheben Ja, das ist genau wie vorher bei 65 Du musst warten bis, bis der, bis der eine andere Waffe in die Hand nimmt Ja Dann ist er fertig, dann ist er offiziell fertig Hm Ich bin jetzt mal unprofessionell und bin mal weg Ich bin jetzt mal unprofessionell und bin mal weg Was erwartet mich Die Tür ist von innen verbarrikadiert Also Ja, wenn du die aufspeist Nein, nein, äh Da, wo du jetzt Wo die Tür jetzt rollen, wo der Code ist Ist hinter der Tür Ja, aber hinter der Tür Ist ja nochmal drei Holzbretter zugenagelt Ja, die verschwinden, wenn du den Code eingibst Wofür sind die dann da? Ist das einfach so ne Dass du nicht einfach öffnen kannst Naja, der Code soll einfach die Tür so machen, dass man sie nicht schließen kann Damit du sie dann öffnen kannst Keine Ahnung, frage mich nicht, ich hab das System nicht richtig durchblickt So, wo ist überhaupt hier der Code? Ihr kommt da nicht durch die Code-Tür durch Ja Das ist keine Die ist nicht offiziell zum Durchgehen gedacht Hab ich doch gewusst Deswegen kommst du auch nicht durch Deswegen musst du auch außenrum rennen Und mit dem World auf der anderen Seite Die Schloss aufwöltern Das wäre dann hier Was hier rumliegt an Munition, Alter Was hat dir alles mitgehen lassen? Alter So, wir können auch niemals mitnehmen Das ist auch mal eine Scharfschützen-Munition Die ich vorne gebraucht hätte Ähm, bei mir hat der einen Namen und der heißt Idiot Ja, der ist hier mit drin Der ist der Triplazierte mit Neun, äh, mit 8 Punkten Ja, hier ist eine Leife gewesen Irgendwie Dein Name schwebt überm Vor mir in der Vor meinem Wies Bei mir schwebt Husky-Roh Hier Okay, mich verfolgt keiner Das ist schon mal gut Ja, das war jetzt einfach Bei mir ist der Balken für Schweißen Über dem eigentlichen Balken So, jetzt kannst du wieder rausgehen Und dann hinten am Haus Den Satellit Benutzen Ja Der ist grün übrigens Sehe ich gerade So, sei da drin Ja Ich bin jetzt nämlich auch offiziell wieder zurück Wir sind jetzt beim Satelliten Oh Achso, hat Arbeit zum Satelliten Ja, exakt auf dem Weg Ja, achso, hat die Arbeit den zu aktivieren Christian ist letzter Wie letzter? Last one standing Achso, eine letzte überlebende Ja Ja Plastiktüten Jetzt erst mal Jetzt Werbung Jetzt Werbung machen 10.000 Euro YouTube Money 10.000 Euro YouTube Money für Werbung Für Plastiktüten Für Plastiktüten, ja Total Werbung hier Plastiktüten Ja, damit werden Wird die Plastiktütenindustrie gefördert Naja Wir bekommen Geld von den Plastiktüten Ja Von der Plastiktütenindustrie für die Werbung Als von Nachdem weinten Wie jetzt einfach mal Plastiktüten gesagt hat Werden so viele Leute jetzt Plastiktüten kaufen Ja Ja Ach, das ist die Waffe Ach, das ist die Waffe Ich dachte, das wäre eine Schroffinde Aber das ist diese Dieses komische Gewehr, ne? Die eine Schroffinde, die ich da vorhin hatte, ne? Das war scheinbar eine Nicht mit Schrotmonitern Sondern mit Slug Also Präzisionsschrotflinte In einer gewissen Form Glaub ich nicht, sah nicht so aus Ach, die sind Animationen Der ist dann immer Das sind immer die Wie so dieses Spiel kostenlos ist Wo ist die Tür? Die ist da Jetzt musst du an den Laptop, soweit ich weiß Bei Useful Laptop Jetzt ist 10 dran Ich habe mich gerade fragt Ach, schade Hast du lau... Ich wollte gerade schauen, ob ich die Tür von innen öffnen kann Wenn ich die Bretter zerschlage Hallo, blöder, blöder Was? Ich frage mich gerade, ob ich in den Computeraum von innen die Tür öffnen kann Wenn ich die Bretter zerschlage Jamie hat gerade Wahrscheinlich sind sie genauso unzerschlagbare Jamie hat gerade was gesagt Sie hat deinen Namen genannt Ja Nein, ich krieg du durch Wer hat das gesagt? Jamie Sie mit Voice Chat Blöder Ja, ich kann die Tür öffnen und schließen Jamie? Ja Blöder Jamie, 224, Play Games Ich habe irgendwie ein Hintergrundgeräusche Das konnte sie sein Ah Aber die redete die ganze Zeit Sehr professionell Voice Chat angelassen Aber manche war lauter als er sein Angemacht hat Ich weiß Ich habe ja auch volle Lautstärke gehabt Los, sprintet durch zum Boot Sprinten, 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 sprinten Ja, ich bin drauf Ja, Präzisionsschloss Das ist tactical work Ja, jetzt bin ich nochmal zurück Die haben auch Glitch Wie geil Wie sieht das aus Ich habe gerade fliegen gelernt Ach, das ist weil da unten Wasser ist Man kann da jetzt Menschen nicht ins Wasser Da ist Wasser Wasser ist im Schiff Die Titanic Nein, der unten ist auf Höhe von Wasser Ja, da ist Wasser Das ist die Titanic Weil hier ist auch ein kleiner Spalt mit Wasser drin Ja Das Schiff geht langsam unter Ja, ich hoffe es ist Ja.